Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Anfang Oktober hat die deutsche Bundesnetzagentur den ersten Trusted Flagger, einen angeblich vertrauenswürdigen Hinweisgeber, zugelassen. Über diese Meldestelle, mit der Hass, Fake News und illegale Inhalte im Netz aufgespürt werden sollen, diskutierten wir mit dem Blogger und Informatiker Hartmut Danisch. Viele sehen darin eine staatlich finanzierte Lenk- und Löschmaschinerie, die die Meinungsfreiheit noch weiter einschränkt. Wer definiert nun eigentlich, was Hassrede und Desinformation im Netz sind? Und das definiert der Diskurs und der Spielraum soll so groß sein, dass das auch täglich zu ändern ist. Also im Prinzip eine völlig willkürliche Definition, die nach Bedarf im Prinzip täglich zu ändern ist. Etwas, was mir häufig aufgefallen ist, dass es für Hass eigentlich gar keine formale Definition gibt. Und wenn man sich mal anschaut, wo das Wort herkommt, merkt man, dass die meisten Leute, die davon reden, eigentlich auch gar nicht wissen, was das ist. Die allgemeinen Regeln findet man bei der EU. Das steht genauer gesagt in Artikel 22 dieses Digital Services Acts. Und da stehen drei Anforderungen drin. Ich verwende mal hier die automatische Übersetzung auf Deutsch von der Webseite der EU. Sind das drei Sachen und zwar Fachwissen und Kompetenz. Vertrauenswürdige Flecker müssen besonderes Fachwissen und Kompetenz bei der Erkennung, Identifizierung und Meldung illegaler Online-Inhalte nachweisen. Das zweite ist Unabhängigkeit. Vertrauenswürdige Hinweisgeber müssen unabhängig von allen Anbietern von Online-Plattformen agieren, um sicherzustellen, dass ihre Bewertungen unvoreingenommen sind. Und das dritte ist Sorgfalt, Genauigkeit und Objektivität. Vertrauenswürdige Markierungsbeauftragte müssen sorgfältig, genau und objektiv arbeiten und dabei etablierte Standards und Verfahren einhalten. Und da merkt man schon, dass das eine sehr, sehr, sehr schwammige und kaum greifbare Definition ist und dass da schon wesentliche Dinge fehlen. Also zum Beispiel die Unabhängigkeit heißt nur, sie müssen unabhängig von Anbietern von Online-Plattformen agieren, aber zum Beispiel nicht unabhängig von Parteien oder politischen Einflüssen. Und was mir da schon direkt fehlt, ist, dass keine Rechtsform vorgeschrieben ist, also dass da nicht vorgeschrieben ist, dass sie zum Beispiel rechtsfähig sein müssen, überhaupt existieren müssen. Und was mir am schlimmsten bisher aufgefallen ist, dass die auch keine Haftpflichtversicherung brauchen. Also im ganzen Ding habe ich nirgends was gefunden, wie das mit der Haftung aussieht und dass die zum Beispiel ein gewisses Kapital brauchen oder eine Haftpflichtversicherung, die im Fall der Haftung dann auch eintritt. Das ist da nicht drin. Das merkt man ja in dem ganzen System, auch wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel Hate Aid funktioniert, dass der Zweck des Ganzen ist, Personen, die man also zum Schweigen bringen möchte, möglichst viel Aufwand und viele Kosten zu verursachen. Und diese Leute einfach zu schädigen und in Beschlag zu nehmen. Occupying nennt sich das im Englischen. Ja, das ist die Idee dahinter, sie einfach mit möglichst viel Aufwand, mit möglichst viel Kosten zu belegen. Und das ist in meinem Fall, also Sie sehen das ja hier, die Meldestelle Respekt hat das eine E-Mail gekostet, eine kurze E-Mail ans Landeskriminalamt Berlin, um mich anzuzeigen. Und ich bin seit zweieinhalb Jahren damit beschäftigt und habe also erhebliche Kosten, erheblichen Schaden. Und kann das auch nur, weil ich relativ viel Zeit dazu aufwenden konnte, dass entsprechende Geld in der Kriegskasse hatte und über, ich will jetzt nicht angeben, aber ich sage mal außergewöhnlich hohe Rechtskunde verfüge, aufgrund meiner früheren beruflichen Tätigkeiten, von dem ja auch schon Anwälte sagten, dass sie jetzt das Wissen nicht gehabt hätten, um das in der Form beispielsweise im Datenschutz zu verteidigen. Da ist der normale Mensch einfach chancenlos dagegen. Das können sie im Normalfall gar nicht leisten, sich dagegen zu wehren. Offiziell gibt es diese Meldestelle Respekt als Rechtsperson nicht. Zu dem Zeitpunkt, als die Strafanzeige gegen mich erstattet haben, ich nehme mir mal aus der Strafanzeige, unten gibt es so eine Fußnote, in der Sie erklären, wer Sie sind. Und da steht noch Demokratiezentrum Baden-Württemberg, Respekt, Meldestelle gegen Hetz im Netz und dann Jugendstiftung Baden-Württemberg. Und darunter der Satz, Respekt ist eine Aktion des Demokratiezentrums Baden-Württemberg, koordiniert durch die Jugendstiftung Baden-Württemberg. Das heißt, zu dem Zeitpunkt gehörten die zum Demokratiezentrum Baden-Württemberg. Und wenn man wissen will, wer das Demokratiezentrum Baden-Württemberg ist, dann findet man da auch nichts, weil die existierten zu der Zeitpunkt juristisch eigentlich auch nicht, sondern sind wohl eine Aktion, ein Projekt des Sozialministeriums Baden-Württemberg. Das heißt, eigentlich sind die staatlich, gehören dem Ministerium und werden aber durch verschiedene Stufen so getarnt und so abgekapselt und durch Webseiten dargestellt, dass der Eindruck entsteht, die wären privat, was sie aber wohl nicht sind. Inzwischen hauptet man, die gehörten zur Jugendstiftung Baden-Württemberg, die als Stiftung der eigenen Rechtsform sind. Aber finanziert werden sie immer noch vom Sozialministerium und, ich glaube, vom Frauenministerium der Bundesregierung und beides sind grün geführte Ministerien. Es sieht also für mich im Moment so aus, ich interpretiere das im Moment so, dass die Meldestelle Respekt für die Grünen und für deren Interessen tätig ist, aber über diese Umwege vom Steuerzahler finanziert wird. In der Slowakei hat der Regierungsbeauftragte Peter Kotlar empfohlen, die Verabreichung von mRNA-Präparaten auszusetzen. Der Umgang mit Corona und die Aufarbeitung von Corona in der Slowakei waren Gegenstand des Gesprächs mit dem slowakischen politischen Kommentator Michael Stahil. Er kündigte an, dass der Bericht erstmal auch in der Regierung und die Beratung einbezogen werden sollte und auch in dem Parlamentarischen Ausschuss vorgelegt werden sollte für das Gesundheitswesen. Und nach seinen eigenen Worten wird er empfehlen, die Impfung von mRNA-Impfstoffen zu stoppen, bis deren Sicherheit und Wirksamkeit nachgewiesen werden und die aktualisierten internationalen Gesundheitsvorschriften und das Pandemieabkommen abzulehnen. Er meinte, dass ein Regierungstreffen und eine Diskussion zwischen ihm und dem Premierminister darüber erstmal stattfinden sollte und was als nächstes getan wird, liegt eigentlich in der Hand der Regierung, ob seine Empfehlungen umgesetzt werden sollten oder nicht. Er sprach etwas konkreter von mehreren Verdächtigungen hinsichtlich der Unwirksamkeit und Gefährlichkeit von Impfstoffen und über den künstlichen Ursprung von Covid-19 nach eigenen Abgaben verfügt er über Beweise für seine Behauptungen, die er im Bericht vorliegt und die auch demnächst werden öffentlich werden sollten. Im Moment wäre das erstmals eben auf die Beratungen der Regierung abgewartet. Seitens des Premierministers Robert Vizzo ist es vielleicht ein Schachzug für seine Wähler, dank denen er eigentlich zur Macht gekommen ist, weil zum großen Teil sind es auch eben die Corona-Leugner oder die, die sich nicht impfen ließen und eben schon seit gleich am Anfang der Pandemie gegenüber kritisch waren. Aber seitens von Peter Kotler, der eigentlich auch Doktor der Medizin ist und ursprünglich ein Orthopäder und Arzt für Spornunterricht ist, ist es eigentlich ganz ernst gemeint, wie weit es ihm gelingt. Das ist zweites Thema natürlich, weil die Pandemie-Aufarbeitung ist ein großes Thema und eben nicht nur medizinisch, sondern auch rechtlich und wirtschaftlich. Daher schauen wir, wie weit er kommen wird. Dieser Bericht erstmal besteht aus mehreren Ebenen. Also die eine ist rechtlich, wie zum Beispiel Gesetze, Verordnungen, Maßnahmen, die die Rechte und Freiheiten der Bürger einsprechen, sowie den WHO-Pandemie-Vertrag, den er empfiehlt übrigens nicht zu unterschreiben. Dann die wirtschaftliche Ebene, Einkäufe von medizinischem Sortiment während der Pandemie und eben die medizinische Ebene, Ursprung des SARS-CoV-2, Relevanz des massenhaften Testen in der Slowakei mit den Schnelltests, das von der damaligen Regierung für die gesamte Slowakei eingeordnet wurde und überhaupt keine Auswirkung auf das Pandemie-Geschehen in der Slowakei hatte, Verdacht an den Missbrauch von PCR-Tests, in dem zu viele Zyklen verwertet wurden, also der sogenannte Z-Wert zu hoch war, um eben die Positivität künstlich zu earn und damit die Pandemie-Statistiken aufzublehnen, sowie Schließung der ärztlichen Ambulanzen während der Pandemie, Wirkung von einem des Sevir geltenden ärztlichen Protokolle zu Covid-Behandlung in der Pandemie, sowie die Nebenwirkungen der Covid-Impfstoffe und ihrer Wirkung. Und nicht zuletzt hat er die Relevanz der Daten infrage gestellt, die von dem Staat in der gesamten Pandemie gesammelt werden sollten, wie zum Beispiel die Inzidenz und die Covid-Stämlichkeit. Also auf jeden Fall ist es ein breites Spektrum, das die gesamte Bevölkerung in der Slowakei interessiert. Wie gesagt, es sind ziemlich viele in der Slowakei, die der Pandemie gegenüber kritisch standen. Sein Bericht trifft in der Slowakei natürlich an eine massive Kritik, vor allem von den oppositionellen Kreisen und den Mainstream-Medien. Die oppositionellen Parteien kritisieren ihn und weisen darauf hin, dass seine Behauptungen zur Pandemie von anerkannten Behörden und Wissenschaftlern widerlegt wurden und so weiter und so fort. Viele behaupten, dass der Beauftragte habe seine Position missbraucht, um Fehlinformationen zu verbreiten. Inzwischen ist auch die Gesundheitsministerin zurückgetreten, wobei ihr Rücktritt hängt nicht primär mit dem Bericht des Regierungsbeauftragten. Es war ein zeitlicher Zufall, dass er seine Pressekonferenz gerade jetzt hielt, als sie ihren Rücktritt angekündigt hat. Sicherlich war es der letzte Nagel in ihrem Sarg gewesen, da sie schon länger unter Druck von der Opposition als auch aus den Parteien der Regierung geraten ist, dafür, dass sie nicht zufrieden waren, wie die Probleme im Gesundheitswesen der Slowakei gelöst werden. Aber letztendlich war der Rücktritt für sie eine Erlösung, sich damit nicht befassen zu müssen. Sie gehörte nämlich zu denjenigen in der Slowakei, die sich die Finger mit der Pandemieaufarbeitung nicht unbedingt schmutzig machen wollten. Der ukrainische Präsident Zelensky wirbt weiter mit seinem sogenannten Siegesplan um Unterstützung. Der Europahistoriker Alexander Rahr berichtete, was bislang über das Dokument bekannt ist und welche Rolle die USA bei der Umsetzung spielen. Es ist kaum etwas an die Öffentlichkeit gedrungen, was Zelensky mit seinem sogenannten Friedensplan bezweckt, wie er ihn den Chefs der wichtigsten EU-Länder verkauft hat. Wissen tut man, dass aus dem anfangs genannten Friedensplan jetzt eher ein Kriegsplan wieder geworden ist. Ich schätze, dass Zelensky nur noch wenige Wochen, vielleicht wenige Tage Zeit hat, das Bild auf dem Schlachtfeld in der Ukraine in seinem Sinne zu verändern. Er weiß es. Am 5. November finden in Amerika Wahlen statt. Danach ist der jetzige Präsident Biden, obwohl er dann bis Januar noch an der Macht ist, praktisch eine politisch lahme Ente. Er wird kaum Entscheidungen treffen können, ohne seinen Nachfolger zu konsultieren, wer das auch sein wird. Wenn, und davon gehen viele aus, Trump wieder Präsident werden könnte, würde sich in der Ukraine so laut Expertenmeinung vieles ändern. Trump setzt auf ein schnelles Ende des Krieges. Er will, dass Amerika sich auf einen möglichen schweren Konflikt mit China vorbereitet. Dafür braucht Amerika seine ganze Energie, Kraft und Geostrategie. Außerdem wissen wir, dass es im Nahen Osten möglicherweise bald einen schweren Krieg zwischen Iran und Israel geben wird. Auch da werden sich die Amerikaner nicht zurückhalten. Im Gegenteil, sie werden Israel beschützen und werden als Ordnungsmacht dort tätig sein. Also für die Ukraine ist nicht mehr so viel Platz im Handeln und im Denken der Vereinigten Staaten von Amerika, sodass, ich glaube, die Amerikaner als große Stütze für Siljensky, für die Ukraine dann ausscheiden. Nun, Siljensky muss man ja verstehen. Er versucht, sein Land gegen einen Angriff Russland zu schützen und hat in den letzten fast drei Jahren alles getan, um die Unterstützung des Westens in Sachen Militär, in Sachen Geld, in Sachen Moral, in Sachen Politik zu erhalten. Das hat er auch größtenteils bekommen. Aber nun sind auch die Ressourcen des Westens in vielerlei Hinsicht verbraucht. Ich sage, die Weltlage ist sehr angespannt. Kriege gibt es nun nur in der Ukraine. Und auch Europa geht schwierigen Zeiten entgegen. Das weiß auch Siljensky. Siljensky hat in der Tat einen Friedensplan entwickelt. Der ist eigentlich schon fast zwei Jahre alt. Der besagt, dass die Ukraine bereit ist, auf eine NATO-Mitgliedschaft eventuell zu verzichten, was Russland verlangt aus eigenen Sicherheitsinteressen. fordert aber, dass Russland praktisch das okkupierte Territorium der Ukraine vollkommen räumt, inklusive die Krim, und sich auf die Grenzen, die 1991 beim Zerfall der Sowjetunion festgelegt wurden, zurückzieht. Das wird Russland nicht tun, denn Russland hat hier einen Krieg angefangen, um Teile der aus russischer Sicht russischstämmigen Gebiete im Donbass und die Krim wieder nach Russland zurückzuholen. Und zweitens will Russland die NATO aus der Ukraine verdrängen und den Westen aus der Ukraine verdrängen, den westlichen Einfluss in der Ukraine zerstören, um die Ukraine ihrerseits als Puffer gegen den Westen zu formieren, um die Sicherheitsinteressen Russlands so zu wahren. Der Westen will genau das Gegenteil. Die Ukraine als eine Puffer gegen ein angriffswütiges Russland, das möglicherweise in den nächsten Jahren Europa und den Westen bedrohen wird. Das ist die Ausgangslage vom Plan. Selenskis ist eigentlich nicht mehr viel zu halten. Er wird nicht realisiert werden können, weil die Russen inzwischen stärker geworden sind, als damals, als der Plan entwickelt wurde und aus der Ukraine nicht ausmarschieren werden. Ich denke, der Plan wird modifiziert werden müssen. Da muss Russland aber sein Einverständnis dafür geben. Ich bin sicher, dass, wenn Trump Präsident werden sollte, er mit Politikern wie Orban und anderen Politikern im Westen diesen echten Friedensplan dann vorschlagen und vielleicht durchsetzen wird. Und er wird im Endeffekt darauf hinauslaufen, dass Russland, obwohl das natürlich vielen im Westen sehr wehtun wird und natürlich auch Selensky, dass Russland die besetzten Territorien behalten wird, in einer Art Vertrag, wie damals zwischen Süd- und Nordkorea abgeschlossen wurde, ein Waffenstillstand, weniger ein Friedensvertrag. Dafür aber, und das ist wichtig, die Ukraine kompensiert werden wird durch wahrscheinlich eine Mitgliedschaft gegen alle Regeln in der Europäischen Union. Die muss natürlich in der Europäischen Union durchgesetzt werden, aber das ist, denke ich, zu schaffen für die Ukraine und für Brüssel. Und zweitens eine Art Protektorat Sicherheitsgarantien vereinzelter westlicher NATO-Staaten wie zum Beispiel Großbritannien oder Polen mit dem Falle eines erneuten Angriffs Russlands auf dieses Land. Wie sehr schadet die grüne Transformation der heimischen Stahlindustrie und wie hoch sind die Kosten für den Steuerzahler? Dies erläuterte der Ingenieur und Branchenkenner Dr. Hans-Bernd Pilkahn. Wir sind historisch hier als Montanland gewachsen. Wir haben die industriellen Revolutionen mitgemacht. Wir haben uns über Jahrzehnte mit Energie und auch Rohstoffen weitestgehend aus dem eigenen Land versorgt. Und die Stahlindustrie ist eigentlich immer weiter gewachsen bis in die 60er, 70er, 80er Jahre hinein. Dort hatten wir ein Niveau erreicht von vielleicht 45 bis 50 Millionen Tonnen Stahlerzeugung. Und dieser Stahl diente nicht zuletzt dann hinterher auch dazu, Deutschland aus den Trümmern wieder aufzubauen. Stahl wird gebraucht, um einen Gartenzaun zu bauen. Stahl wird gebraucht, um eine Waschmaschine zu fertigen. Stahl wird gebraucht, um ein Auto zu bauen und so weiter und so fort. Stahl ist aus unserem täglichen Leben absolut nicht wegdenkbar. Die Stahlproduktion ist nach Umsatz von den Zahlen, die die DESTATIS veröffentlicht, also das Deutsche Statistische Bundesamt, ist die Metallindustrie in Deutschland nach Umsatz der zweitstärkste Industriebereich. 500 Milliarden Umsatz macht die Automobilindustrie und dann kommt die Metallindustrie mit 250 Milliarden. Und der Stahl hat natürlich einen ganz wesentlichen Anteil schon alleine vom Volumen her. Wir fertigen in Deutschland derzeit 35 Millionen Tonnen Stahl. In guten Zeiten waren es mal 40 Millionen Tonnen Stahl, sodass der Stahl hier einen ganz erheblichen Anteil hat, auch am Umsatz. Und er ist schon eine wesentliche Industriegröße hier im deutschen Industriekontext. Es ist ja so, Stahl wird ja seit Hunderten von Jahren erzeugt. Die Stahlindustrie ist nicht nur in Deutschland, sondern auch außerhalb der deutschen Grenzen wirklich hochentwickelt. Aber bisher ist niemand auf die Idee gekommen, Stahl mit dem Einsatz von Wasserstoff zum Beispiel zu produzieren. Das ist einfach, um es auf den Punkt zu bringen, Ich bin jetzt mal ein bisschen profan, aber das ist einfach wirklich eine hirnrissige Idee. Andere Länder, wie zum Beispiel die USA, produzieren Stahl. Da gibt es zum Beispiel ein sehr großes Stahlunternehmen, die ungefähr 25 Millionen Tonnen Stahl produzieren, ohne einen einzigen Hochofen. Dieses Unternehmen hat heute einen sogenannten CO2-Fußabdruck, der nur bei der Hälfte der vergleichbaren Stahlherstelltechnik liegt, die wir heute in Deutschland anwenden. Aber mit Wasserstoff hat bisher noch nie jemand Stahl produziert. Das hat im Wesentlichen betriebswirtschaftliche Gründe, aber auch eine Menge technologisch ungelöster Fragestellungen, die immer noch im Raum stehen. Also ich würde eher sagen, dass die Stahlkonzerne gesagt haben, wir sind gezwungen, diesen politisch gewünschten Weg mitzugehen. Aus freier Entscheidung wird das niemand gemacht haben, weil das betriebswirtschaftlich absolut unvertretbar ist. Es sind Investitionen in gigantischen Größenordnungen erforderlich und das Grundsystem jeder betriebswirtschaftlichen Trachtung, nämlich eine Wirtschaftlichkeitsrechnung dazu, ist definitiv nicht machbar. Es fallen gigantischer Investitionsaufwand an, das habe ich ja gerade schon erläutert. Man kann aber auf der Ertragsseite, kann man nicht im Ansatz irgendwo sehen, dass sich dieser berühmte grüne Stahl rechnen wird. Sie müssen sich das so vorstellen, dass ein Stahlunternehmen normalerweise eine Wirtschaftlichkeitsrechnung zu jeder Investition macht und in normalen Zeiten sagt, ja gut, das ist eine kleine Investition, die rechnet sich in zwei Jahren, die machen wir mal. Investitionen rechnen heißt ja immer, das Geld, das man aufgewendet hat, dient sich sozusagen über die Fertigungsprozesse oder über einen verbesserten Erlös am Produkt wieder zurück. Und wenn Sie heute hergehen und die Ertragsseite betrachten, so wird man mit diesem berüchtigten grünen Stahl nicht eine Mark oder einen Euro mehr erlösen können. Das Bild verfestigt sich immer mehr. Dass Politik und öffentlich-rechtliche Medien eng miteinander verknüpft sind, ist nicht mal mehr ein offenes Geheimnis. Wie eng diese Verknüpfung in Deutschland ist und welches Ausmaß mediale Meinungsmache hat, erklärte Jonas Müller, Gründungsmitglied des ÖRR-Block. Also unser Team ist relativ klein, das sind nur so bis zu fünf Personen. Aber wir haben natürlich eine sehr große Community, die uns auch auf Fehler hinweist und auch verschiedene Personen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die uns von Zeit zu Zeit mal auch auf Fehler hinweisen. Eine Themenauswahl findet in dem Sinn nicht statt, sondern wir überprüfen einfach nach und nach alles, was uns zugeschickt wird oder was wir selber finden. Und dann wird das von Zeit zu Zeit gepostet. Wir schauen nach, ob der Name stimmt, weil teilweise sind da schon Diskrepanzen. Und dann können wir natürlich nicht in die Mitgliederdatenbanken der Parteien schauen. Das wäre datenschutzrechtlich natürlich kritisch. Aber wenn zum Beispiel Mitglieder in Vorständen sitzen, dann haben diese Vorstände von Orts, Kreis oder Bezirksverbänden oder teilweise auch Landesverbänden natürlich Webseiten. Und damit lässt sich dann sozusagen auch eine Person dann finden, weil da meistens dann auch Bilder dabei sind. Dann kann man die abgleichen. Somit kann man dann so einen Gegencheck machen, ob diese Person in der Partei ist oder eben nicht. Wir haben natürlich jetzt, wenn man sieht, was sie machen, dann häuft sich natürlich schon die Meldung mit den vergessenen Parteizugehörigkeiten von zufällig ausgewählten Passanten. Aber so eine Lieblingsmeldung habe ich jetzt nicht in dem Sinne. Für uns, muss man sagen, war die Affäre Patricia Schlesinger vom RBB natürlich ein besonderes Stück, weil sich darauf im Prinzip unsere ganze Arbeit heute und auch der Erfolg des Blogs und das Umdenken in der Gesellschaft dann wiedergespiegelt hat bzw. dann erst so richtig entstanden ist. Wir sind schon der Überzeugung, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in seiner eigentlichen Ausgestaltung ein sinnvolles Konstrukt ist. Aber dieses Gebilde öffentlich-rechtlicher Rundfunk wurde in den letzten Jahren ad absurdum geführt. Es ist zu teuer, es ist zu groß, er ist zu bürokratisch. Und deswegen muss man jetzt versuchen, dass man das Ganze wieder auf die eigentliche Kompetenz zurückdreht. Dass man sagt, wir konzentrieren uns bei den Zwangsgebühren, die ja wir auch als Blog eher ablehnen. Dass man sagt, man dreht die auf ein Minimum runter, sagen wir mal zwei bis drei Euro. Und dafür hat man dann ein Standard-Informationspaket, was aus Nachrichten, Dokus und Phoenix, also Parlaments-TV besteht. Und alles andere machen wir dann zubuchbar. Wir hoffen darauf, dass sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch noch jetzt für Reformen bereit ist und sich auch die Politik dafür entscheidet, mit Nachdruck dahinter zu stehen, dass das jetzige Konstrukt noch reformierbar ist. Aber leider sehen wir immer mehr, dass der jetzige öffentlich-rechtliche Rundfunk mit seinem Führungspersonal zwar häufig redet, aber wenig handelt und schwer reformierbar ist. Wir werden unsere Hoffnung aber noch nicht aufgeben, denn ich denke, dass wir gerade am Anfang von einer möglichen Reform sind und da müssen wir abwarten. Und wir wollen natürlich versuchen, dass wir erstmal mit dem größtmöglichen Konsens in eine Reform reingehen und nicht mit der größtmöglichen Konfrontation. Die Gehälter für verschiedene Berufe im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die haben schon eine beachtliche Höhe. Also man sieht, was so verschiedene Mitarbeiter kriegen, die eher sonst weniger bekommen würden und dann hat man da Gehälter von 6.000, 7.000 Euro, auch Journalistengehälter, die relativ hoch sind, dann ist es natürlich ein Teil davon. Aber der größte Teil oder das, was den ÖR ärgert, eben am größten auf die Füße fällt und am teuersten ist, sind die Pensionen. Diese Pensionsversprechen, die man den führenden Mitgliedern der einzelnen Rundfunkanstalten gegeben haben, die gehen in die Millionen, in die 10 Millionen. Und das ist eben etwas, was auf Dauer eben dazu führt, dass dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk selbst mit 19 Euro das Geld fehlt und ihnen im Prinzip auch das Geld ausgeht. Also diese Pensionsversprechens sind auf Dauer nicht mehr zu bezahlen. Polen plant, das Asylrecht einzuschränken. Was das beinhaltet und welcher Ärger dem Land seitens der EU-Kommission droht, erläuterte die polnische Journalistin Aleksandra Rybinska. Also der inhaltliche Vorstoß von Tusk ist einerseits, er wolle die illegale und die legale Migration irgendwie regeln. Das Dokument heißt Komplexe und verantwortungsvolle Migrationsstrategie Polens für die Jahre 2025, 2030. Das Dokument hat 30 Seiten, acht Teile aufgeteilt und es geht erstmal um natürlich Asylrecht, dann wer kann arbeiten in Polen. Sie haben eine Priorität der inneren Sicherheit gewählt für diese Strategie und es geht also darum, wer kann nach Polen einreisen, wer kann hier arbeiten, wer kann einen Asylantrag stellen und das alles ist in diesem Dokument geregelt. Allerdings ist das alles so formuliert, dass man daraus herauslesen kann, dass im Grunde genommen es sehr viele Ausnahmen geben wird. Das heißt, letztendlich werden die Konsule entscheiden in den jeweiligen Ländern, wer einreisen kann und arbeiten kann und das alles ist einfach noch nicht, wirklich sehr, sehr klar, wie diese Strategie aussehen soll. Man will ein Punktesystem einführen, wie in Kanada oder in Australien oder was weiß ich für Arbeitsmigranten. Wen brauchen wir? Was hat der für Qualifikationen? Wird der auf dem Arbeitsmarkt gebraucht? Hat er Qualifikationen, die man sonst nicht finden kann und deswegen muss der hier arbeiten und so weiter und so fort. Nur das alles ist natürlich sehr schön, nur die Koalitionspartner der Bürgerplattform haben schon erklärt, dass sie mit einigen Punkten dieses Dokumentes nicht einverstanden sind. Wir wissen also letztendlich nicht, wie viel davon tatsächlich eingeführt wird und ich glaube, der Ausgangspunkt ist, um ein bisschen hier den Hintergrund zu erklären, ist, dass natürlich dieses Dokument sozusagen eine Verbesserung der jetzigen Migrationspolitik, die unter der Recht und Gerechtigkeit in der vorherigen Regierung existiert hat. Da hat ja die Bürgerplattform die Anschuldigung formuliert, die PiS hätte alle ins Land gelassen, sie hätte unkontrolliert Visas ausgestellt. Das ist natürlich so nicht richtig. Es gab, glaube ich, 300 illegal ausgestellte Visa. Sie sprechen aber von Hunderttausenden und das soll sich jetzt ändern und das ist erstmal der Hintergrund davon. Also das ist das Thema der Stunde wie überall anders auch, das ist klar. Aber das andere ist natürlich, wir haben Präsidentenwahlen, die stattfinden werden im Mai nächsten Jahres und die möchte die Bürgerplattform gewinnen und wie die Stimmung ist im Land, die ist genauso wie überall auch. Das heißt, die Mehrheit der Polen will keine unkontrollierte Immigration. Und dass jetzt Belarus oder Russland Migranten über die Grenze schmuggeln, das ist wirklich, das sind alte News, das wissen wir alle. Das ist schon seit Jahren so und das ist schon mal so, seit der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist und seit Russland die Ukraine überfallen hat, werden diese Migranten an die Grenze gekarrt und das ist nichts Neues und da hat Donald Tusk jetzt auch wirklich nichts erfunden, sondern das ist so. Was problematisch ist, ist die Tatsache, dass als man im polnischen Parlament unter der vorgängigen Regierung über den Bau dieses Grenzzauns an der Grenze zu Belarus abgestimmt hat und da hat die Bürgerplattform dagegen gestimmt und Donald Tusk hat noch letztes Jahr behauptet, es gebe keine illegalen Migranten an der Grenze zu Belarus, sondern nur arme Menschen, verzweifelte Menschen, die Hilfe suchen in Polen und denen man die Einreise verweigert, das sei ein Skandal. Und inzwischen, wie gesagt, offensichtlich hängt das davon ab, ob man nun in der Regierung oder in der Opposition ist, ob man dafür ist oder dagegen jedenfalls im Falle von Donald Tusk. Also er war gegen den Grenzschutz, er hat behauptet, Grenzschützer würden hier Menschen niedermeucheln an der Grenze und jetzt sind wir ein Jahr später und das klingt jetzt ganz anders und es ist das Aussetzen des Asylrechts. Also das ist nun mal leider nicht sehr glaubhaft und dazu kommt noch, dass gleichzeitig mit dieser Ankündigung Donald Tusks, naja, der das Innenministerium zugeben musste, dass es 49 Aufnahme- und Integrationszentren für Ausländer bauen wird, in jeder Kreisstadt. 49 Stück, das ist viel und das ist offensichtlich etwas, was aus EU-Mitteln finanziert wird und was auch die Europäische Kommission freudig angekündigt hat. Also auf der einen Seite Aussetzen von Asyl, auf der anderen Seite, ja, wir bauen 49 Asylzentren. Ich glaube, es ist eine Mogelpackung und Wählerstimmen abzugreifen. Ich glaube, er ist sich durchaus bewusst, dass der Migrationspakt zum Beispiel längst angenommen ist. Er hat ihn unterschrieben, da war er schon Regierungschef, nicht dagegen protestiert und wenn er heute sagt, wir werden den Migrationspakt nicht akzeptieren, dann klingt das ein bisschen hol, denn er hat diesen Migrationspakt bereits akzeptiert und er wird ab 2026, wird er gelten und ich glaube, es gibt keine Prozeduren mehr in der Europäischen Union, wo man den stoppen könnte, es sei denn, alle Mitgliedsländer einigen sich darauf. Auf deutscher Seite, wenn man nach Informationen fragt, bekommt man die, wenn man auf polnischer Seite fragt, wie viele es denn sind, weiß niemand. Auf der anderen Seite wird Polen natürlich diesen Migrationspakt einführen müssen und dazu gehört eben auch zum Beispiel solche Asylzentren aufzumachen und Deportationszentren, dass man die Leute dann praktisch ihre Asylverfahren überprüft und so weiter. Und ich glaube, das wird so ein bisschen, ein bisschen was Nettes für die Polen und man wird gleichzeitig versuchen, die europäischen Verpflichtungen einzuhalten. Am 26. Oktober wird in Georgien gewählt. Welche Themen für das Land eine Rolle spielen und welche Bedeutung das internationale ZERN um die Kunst und die Positionierung des Landes hat, besprachen wir mit dem Politikwissenschaftler Dr. Pascal Lothar. Bei der Wahl geht es wie bei den meisten generellen Wahlen auch einfach um ein neues Parlament. Also das Parlament wird gewählt, die Kammern des Georgischen der Legislatur. Und die Frage ist einfach, welche Partei gewinnt jetzt wie viele Sitze. Und was wir in letzter Zeit vor allem in, sagen wir mal, Westmedien viel gelesen haben, ist, dass es eine extrem wichtige Wahl wird, weil laut gewissen Kommentatoren wird die Georgische, die jetzige Regierung, die von der Partei Georgischer Traum kommt, also so nennt sich die Partei Georgischer Traum, dass die immer autoritärer werden würde. Wobei ich das jetzt so formuliere, weil ich diese Interpretation eigentlich ablehne und sage, das stimmt nicht. Wenn man in vielen deutschen oder auch Schweizer Zeitungen liest, dass es sich hier um eine Schicksalswahl handelt, dann halte ich das eigentlich für übertrieben. Also der Clou an der Wallet ist natürlich schon der, dass Georgien in einer sehr brenzligen internationalen Lage steckt. Einerseits hat Georgien noch immer keine diplomatischen Beziehungen mit Russland, weil ja Russland 2008 einen Fünf-Tage-Krieg gegen Georgien gefochten hat, wobei man es eben sagen muss, dass im Nachhinein auskam, dass es waren georgische Soldaten, die die ersten Schüsse gefeuert haben und das Ganze losgetreten haben. Aber schlussendlich war ein Krieg da und Russland besetzt auch jetzt noch zwei georgische Provinzen, von denen Georgien sagt, die gehören uns, Abkhazien und Süd-Ossetien. Und wie sich jetzt in diesem Umfeld Georgien weiterentwickelt, das ist eine riesengroße Frage, die vor allem eben auch den Westen interessiert. Die Georgier selbst, die interessiert das auch, aber die haben natürlich auch interne Themen, also so wie die Verteilung des Reichtums des Landes, so wie die wirtschaftliche Entwicklung, die Zusammenarbeit mit Europa, um sich eben wirtschaftlich zu entwickeln, die Zusammenarbeit mit China, um sich wirtschaftlich zu entwickeln. Und hier gibt es innerhalb Georgiens, wie in jedem Staat, verschiedene Ansichten darüber, was jetzt das Beste wäre. Und das wird auch viel beeinflussen, wie jetzt die Wahl dann ausgehen wird, wobei das internationale Thema, also die internationale Lage, so viel ich weiss von meinen georgischen Freunden, doch schon auch ein sehr wichtiger Faktor sein wird, in der Entscheidung der Georgier. Die Regierung, die gestellt wird von der Partei Georgischer Traum, die momentane Regierung, die hat sich definitiv dazu entschlossen, einfach ihren eigenen Standpunkt zu vertreten und eben weder jetzt sich Russland anzuschliessen, so wie das Belarus getan hat, das steht, das ist außer Frage, das ist jenseits allen dessen, was sich irgendjemand vorstellen könnte. Aber auf der anderen Seite möchte ein guter Teil der Georgier auch nicht sich schlicht und ergreifend einfach dem Westen anschliessen und zum Beispiel Sanktionen verhängen und um Russland zu provozieren. Also ein georgischer NATO-Beitritt zum Beispiel ist etwas, was Georgischer Traum ausschliesst, weil es sich bewusst ist, dass das eine riesengroße Provokation wäre, also so etwas zu wollen, einen NATO-Beitritt zu erstreben, so wie die Ukraine ihn ja erstrebt per Verfassung, sagte Georgischer Traum, das wäre eine riesengroße Provokation, das macht man sicher nicht. Wir wollen nicht eine zweite Ukraine werden. Ich kenne die Studien nicht, die jetzt belegen würden, welche Organisationen wie viel Einfluss nehmen auf den georgischen politischen Prozess. Das Faktum ist nur da, dass es Nichtregierungsorganisationen gibt, die das auch zum Ziel haben, so wie zum Beispiel das National Endowment for Democracy in den USA, die versuchen über Ableger in Ländern natürlich auch ein politisches Klima zu schaffen, dass dann eher den USA wohlgesinnt ist. Das ist auch in ihrem Mission Statement drinnen. Und dass man hier über die Zivilgesellschaft versucht, auch Einfluss zu nehmen auf Regierungsentwicklungen, ist bis zu einem gewissen Grad auch etwas Normales. Ich meine, man kennt das auch in der EU, dass man Lobbying betreibt und dass dann NGOs auch mit gewissen Zielen versuchen, mit Abgeordneten zu interagieren. Bis zu einem gewissen Grad ist das nichts Schändliches. Aber die Befürchtung besteht natürlich, dass aus solchen Einflussnahmeversuchen dann auch grössere Operationen werden könnten. Und man muss sich ja nur mal vorstellen, wie man in der EU im Moment reagieren würde, wenn rauskommen würde, dass es vier, fünf, sechs, sieben russische NGOs gibt, die mit russischem Geld versuchen würden, auf EU-Parlamentarier oder deutsche Parlamentarier Einfluss zu nehmen. Das sind Vorgänge, von denen will man wissen, wenn sie tatsächlich passieren. Und so ist es auch bei den Georgiern, dass die georgische Regierung gesagt hat, es ist einfach gefährlich, wenn wir nicht wissen, wie viele Gelder vom Ausland dazu eingesetzt werden, um bei uns in der Zivilgesellschaft mitzumischen. Das heißt aber nicht, dass das verboten wird. Es heißt nur, es muss jetzt Transparenz geschaffen werden. Ist der Iran bereits jetzt in der Lage, Atomwaffen herzustellen? Oder hat er das möglicherweise schon getan? Diese Fragen stellten wir dem Physiker Dr. Hans Hofmann-Reinecke. Der Generaldirektor der Internationalen Atombehörde hat geäußert, dass der Iran ausreichend Material hat, um Bomben zu bauen, drei, vier Bomben zu bauen. Und wenn man das Material hat, ist der Schritt zu einer einsatzbereiten Bombe der kleinere Weg. Die Antwort ist, jawohl, der Iran kann mit Bomben angreifen, sofern er das will. Es hängt davon ab, was haben die jetzt schon vorbereitet. Haben Sie zum Beispiel Elemente für den Bombenbau von befreundeten anderen Ländern, von Pakistan zum Beispiel, dann ist es wesentlich schneller, als wenn Sie diese Dinge selbst entwickeln müssten. Diese Frage kann, glaube ich, im Moment niemand beantworten oder bestenfalls der israelische Geheimdienst. Die Schwierigkeit ist weniger der Bau als die Herstellung des Materials. Und das Material, was man braucht für eine Bombe, das sind vielleicht so 20 bis 30 Kilogramm hoch angereichertes Uran. Und angereichert heißt, Uran, so wie viele andere Stoffe, besteht aus verschiedenen Isotopen. Und Isotope, das sind Atome, die nach außen hin ganz gleich sind. Also zum Beispiel Eisen besteht aus unterschiedlichen Isotopen. Aber wenn man genau hinschaut, würde man sehen, aha, die Kerne sind aber unterschiedlich. Die haben ein unterschiedliches Gewicht. Und da gibt es bei Uran die beiden Sorten, Uran-235 und Uran-238. Und für die Bomben und auch für die Atomreaktoren sind Uran-235 die interessanten Bestandteile. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, Sie hätten eine Herde von Tieren, Schafe oder kleine Kühe. Und die einen haben 235 Kilo und die anderen 238 Kilo. Und ansonsten sind die 100% identisch, alle Tiere. Und jetzt müssen sie aus dieser Herde die 235er herausfinden. Und die kommen in der Natur nur zu 0,7% vor. Also eine von 140 Kühen wäre also ihre gewünschte Sorte. Gut. Und das ist ein sehr schwieriger, langwieriger Prozess, um das mit Atomen durchzuführen. Also der Iran hat einen langen Weg hinter sich. Die haben schon Ende der 80er Jahre angefangen, mit Kernphysik, mit kerntechnischen Dingen zu spielen oder auch zu arbeiten. Und dann wurde 2007 das erste Mal entdeckt, hoppla, die sind ja dabei, hoch angereichertes Uran in gewissen Mengen herzustellen. Und das ist nicht im Einklang mit dem Non-Proliferation Treaty, was die internationale Atombehörde mit ihnen abgeschlossen hat. Und da wurden dann ganz scharfe Sanktionen gegen den Iran verhängt. Das war 2007. Und damals war George W. Bush an der Macht in den Vereinigten Staaten. Und dann, etwa sieben Jahre später, 2015, kamen Stimmen auf, ja, wir sollten doch diese Maßnahmen gegen den Iran etwas erleichtern und etwas aufheben. Und da gab es eine große Konferenz, an der die sogenannten 5 plus 1 beteiligt waren. Das waren die fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen plus 1. Und das war Deutschland. Und diese sechs Länder haben mit dem Iran einen Vertrag abgeschlossen. Jawohl, wir werden die Sanktionen gegen euch aufheben, wenn ihr versprecht, dass ihr keine bösen Sachen mehr macht. Und so wurde das dann noch abgeschlossen. Und eine der ersten Aktionen für das Aufheben Sanktionen war, dass man dem Iran eine große Menge am Bargeld wieder zurückgegeben hat, was in den USA eingefroren war. Und das war jetzt unter Barack Obama. Kurz nach der Aufhebung dieser Sanktionen stellte Israel fest, hoppla, die arbeiten ja eine an der Atombombe. Morgen wird Pegida das letzte Mal zu einer Kundgebung in Dresden aufrufen. Über die zehn Jahre der Protestspaziergänge in Sachsen sprachen wir mit der Kommunalpolitikerin Susanne Dagen. Also für mich war Pegida in vielerlei Hinsicht wirklich eine Zäsur. Zum einen habe ich gesehen, dass es sich bei dieser Protestbewegung, die ich immer noch als eine Art von Bürgerinitiative verstehe, und durchaus auch als eine Art von Graswurzelbewegung, eben nicht um eine linke Protestbewegung. Wir kennen das natürlich aus der bundesrepublikanischen Geschichte. Das sind dann so Friedens- und Ökologiebewegungen. Und auf einmal war dort eine, obwohl sie sich als wieder rechts nach links selbst gesehen und orientiert haben, eine wirklich rechte Protestbewegung. Und es war insofern interessant, als dass diese Protestbewegung eben von Individuen ausgegangen ist. Das heißt von Personen, nicht von Parteien, sondern, Sie haben es ja selber schon gesagt, von Lutz Bachmann und seinen Mitstreitern. Wichtig ist noch Siegfried Debritz. Und das unterscheidet diese Protestbewegung sehr maßgeblich von denen, die bis dahin bestanden haben. In anderer Hinsicht war es eine Zäsur dahingehend, als dass ich bemerkt habe, dass mit den ersten kleinen Schritten, die Pegida gemacht hat, schon eine mediale Schockbewegung kam. Das heißt, die Medien haben sie von Anfang an als politische Gegner und eigentlich auch als Feinde tituliert. Und in dem Moment habe ich gedacht, das kann eigentlich so nicht sein. Bis dahin habe ich die Demokratie immer als etwas verstanden, wo Redefreiheit, Meinungsfreiheit und natürlich auch Demonstrationsfreiheit ganz klar auf der Seite des Bürgers ist. Es war so, dass im Oktober 2014 in ganz Deutschland, also vor allen Dingen in Celle und in Hamburg, gab es Ausschreitungen in den Fußgängerzonen, und zwar zwischen der kurdischen Arbeiterpartei, der PKK und der Salafisten. Und das fand eben auch hier in Dresden auf der Prager Straße statt. Und da hat sich, so geht zumindest die Geschichte, Lutz Bachmann das angeschaut und hat gesagt, Moment mal, wir wollen hier keine Glaubenskriege auf unseren Straßen und vor allen Dingen wollen wir keine Kriege, die mit uns eigentlich überhaupt nichts zu tun haben, hier verhandelt sehen. Und ich habe von Anfang an die Teilnehmer als wirklich diejenigen aus der durchaus bürgerlichen Mitte gesehen, aber eben natürlich, und das ist auch durchaus sichtbar gewesen, haben sich eine ganze Menge Leute, auch Pegida, angeschlossen, die bis dato durchaus im rechtsradikalen Milieu zu verorten gewesen sind. Hooligans natürlich, ja, sogenannte Neonazis. Und damit war es natürlich für die Medien recht einfach, eine ganze Bewegung sehr pauschal zu verurteilen. Es kann ja nicht darum gehen, dass man nur gegen etwas demonstrieren kann, was schon mal schiefgelaufen ist. Also man kann durchaus vor allen Dingen demjenigen, der vielleicht 1989 eben schon auf der Straße gewesen ist, zugestehen, dass er Entwicklungen sieht und seiner Sorge durchaus Ausdruck verleiht. Wir sind ja nun hier in der ehemaligen DDR durchaus auch von dem Mythos von 1989 geprägt. Und die Medien haben, und das habe ich auch sehr genau wahrgenommen, es eben auch dieser Protestbewegung Pegida übel genommen, dass sie denselben Spruch, nämlich wir sind das Volk, auch auf ihren eigenen Demonstrationen benutzt haben. Aber wir sind das Volk bedeutet natürlich auch, wir sind der Souverän, wir sind der mündige Bürger, der hier entscheiden möchte, was mit seiner Heimat und mit seinem Land passiert. Ich habe von Anfang an gesagt, der Umgang mit Pegida kann in meinen Augen nur auf der Grundlage unserer demokratischen Regeln, unseres Verhaltenskodex miteinander erfolgen. Das heißt, in einer Demokratie muss man eine Protestbewegung, auch wenn sie rechtsgerichtet ist, muss man aushalten. Wir haben Meinungsfreiheit, Redefreiheit, Demonstrationsfreiheit, das sind all die Dinge, die im Grundgesetz fest verankert sind, und zwar für jeden einzelnen Bürger. Dass ich für diese Aussage, die ich immer frank und frei natürlich an die Fragesteller und meistens waren es natürlich auch Journalisten, gegenüber geäußert habe, als Pegida nah markiert worden bin, bedeutete eigentlich für mich die soziale Hinrichtung. Das heißt, man wurde ausgegrenzt, ausgestoßen, man wurde wirtschaftlich und auch moralisch versucht, zugrunde zu richten. Und das ist schon etwas sehr Besonderes. Und am Anfang fühlt sich das richtig, richtig blöd an. Aber jetzt, zehn Jahre später, muss ich sagen, ich wäre nicht das, was ich jetzt bin, wenn ich nicht damals diese Erfahrungen gemacht hätte und eben nicht an den Erfahrungen zugrunde gegangen bin, sondern ganz im Gegenteil vorangetreten und aus meiner Rolle herausgetreten und mich für all die Rechte, die ich in Bedrohung gesehen habe hinsichtlich des Umgangs mit Pegida, immer wieder aufs Neue natürlich schützender vorgestellt haben. Die Schweiz ist bekanntlich das Land der direkten Demokratie. Über fast alles können die Bürger mitreden und abstimmen. Doch wenn es um neue Windräder geht, wird es im Kanton St. Gallen künftig keine Referenten mehr geben. Darüber sprachen wir mit Elias Vogt vom Verband Freie Landschaft Schweiz. Bislang ist die Windkraft in der Schweiz, oder fristet die, ein Schattendasein. Das heisst, es gibt nur etwa 50 grosse Windkraftanlagen, die in der Schweiz drehen. Und gross ist etwas übertrieben, weil die grössten Windturbinen sind vielleicht 180 Meter gross. Das ist nicht mehr der heutige Stand der Technik. Heutzutage sind Windturbinen ja bis zu 260 Meter hoch. Und so hoch sind sie auch geplant. Das heisst, der Bund möchte in der Schweiz etwa 1000 oder noch mehr Windturbinen errichten. Das wäre also etwa das 20-fache von dem, was wir bereits heute haben, um eben auch den Anteil der Windenergie an unserer Stromproduktion von aktuell 0,2 Prozent auf einige wenige Prozent zu erhöhen. Die Planung von Windkraftanlagen in der Schweiz ist ein relativ komplexes Vorhaben. Es ist sozusagen dreistufig. Zuerst muss einmal ein Standortkanton, wir haben ja 26 Kantone, muss festlegen, in welchen Gebieten Windparks geeignet sein könnten. Und dann, wenn ein konkreter Promotor einen Windpark errichten möchte, dann muss er zuerst eine Nutzungsplanänderung erzielen, das heisst eine Zone errichten, damit er Windkraftanlagen auch wirklich bauen darf. Und das ist dann der Hauptprozess. Dort wird eine Umweltverträglichkeitsprüfung gemacht. Und dort muss auch die Gemeinde und der Kanton festlegen, unter welchen Bedingungen dann ein Windpark errichtet werden darf. Und darüber stimmt in der Regel, das ist in 24 von 26 Kantonen bislang so gewesen, stimmt dann auch die Bevölkerung darüber ab. Und in einer dritten Stufe wird dann das Bauprojekt eingereicht und eine Baubewilligung erteilt. Aber das ist dann meistens nur noch Formsache nach der Richtplanung und nach der Zonenplanung. Wir stellen eine Tendenz fest, dass immer mehr Abstimmungen negativ ausfallen. Wir sehen, dass in den letzten 20 Jahren durchschnittlich die Hälfte der Abstimmungen für Windkraftanlagen ausgefallen sind und die andere Hälfte dagegen. Und in den letzten drei, vier Jahren stellen wir fest, dass es etwa drei Viertel sind, wo die Bevölkerung Nein sagt. Und das teilweise auch mit beeindruckenden Abstimmungsresultaten. In einer Gemeindeversammlung gab es zum Beispiel einmal 500 Personen, die gegen einen geplanten Windpark gestimmt haben und nur zwei, die dafür waren. Nämlich die zwei, die das Land dafür geben würden und Geld kassieren würden. Die Schweiz ist ein Binnenland. Das heisst, wir sind umgeben von Bergen. Im Süden ist es die Alpenkette. Im Norden ist es das Jura-Gebirge. Und höchstens auf diesen Gipfelkreten weht ein Wind. Dann ist aber auch das Problem, dass eben auf diesen Höhen die Luftdichte viel geringer ist. Dann ist man 1.000, 2.000 Meter über Meer. Das gibt dann auch wieder weniger Energieertrag. Das heisst, wir haben in der Schweiz vielleicht zwischen 15 und 20 Prozent Effizienz bei diesen Windkraftanlagen. Das heisst umgekehrt, dass zwischen 85 und 80 Prozent der Zeit umgerechnete Windturbinen keinen Strom produzieren. Und dazu kommt, dass die Schweiz ist ein topografisch anspruchsvolles Land. Wir haben sehr viel Vogelzug. Wir haben sehr einzigartige Landschaften mit großem Tourismus. Und dann steht der Schaden, der da mit Windkraftanlagen entsteht, der steht in keinem Verhältnis zum Nutzen, den die Windturbinen in der Schweiz effektiv erzielen könnten. Und dann kommen noch die hohen Kosten dazu. Wir rechnen mit etwa 10 Millionen Franken, die eine Windturbine während ihrer Lebenszeit bauinklusive an Kosten verursacht. Und das wird in der Schweiz mit 60 Prozent vom Staat subventioniert. Und das ist dann doch ein sehr grosser Staatsbeitrag, der da eingegeben werden muss, damit die Turbinen überhaupt rentieren. Die Schweiz hält ihre Demokratie normalerweise hoch. Und die Bevölkerung ist auch, wie gesagt, sehr oft eben kritisch gegenüber geplanten Windparks. Und das stört natürlich die subventionsgierigen Promotoren, die meistens auch dafür schauen, dass wichtige Politikerinnen und Politiker in den Verwaltungsräten dieser Energiefirmen mit dabei sein können, um eben auch die Chancen für Windparkprojekte zu erhöhen. Und das führt jetzt dazu, dass eben verschiedene politische Institutionen an diesen Volksabstimmungen zweifeln oder diese eben abschaffen möchten, weil diese einfach im Weg stehen, in grossen Mengen Windkraftanlagen zu errichten. Und es ist so, in der Schweiz ist die Raumplanung ein relativ neues Instrument. Das hat man erst in den 1960er bis in die 1980er Jahre überhaupt erfunden, dass man raumplanerische Instrumente oder eben Abstimmungen eingeführt hat. Und da gibt es spezielle Konstellationen. Und im Kanton St. Kallen ist es so, dass die Kantonsregierung, also ein Gremium aus sehr wenigen Leuten, die man an zwei Händen abzählen kann, das hat jetzt beschlossen, dass es keine Volksabstimmung mehr geben kann. Und die Bevölkerung kann dagegen nichts tun. Das heisst, sie kann selbst den Entscheid, dass man Volksabstimmung abschafft, kann sie nicht mit einem Referendum bekämpfen oder mit einer Einsprache. Das ist jetzt ein Machtwort von oben, die Abschaffung der Volksabstimmung, die Entmachtung der Gemeinden. Sehr geehrte Hörer, das war der Wochenrückblick beim Kontrafunk für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Woche befragen wir unsere Gäste unter anderem zur Rolle der Schweiz in aktuellen Konflikten, zu Chinas Druck auf das südchinesische Meer und zum Ausverkauf der deutschen Chemieindustrie. Heute Abend um 20.05 Uhr bringen wir für Sie eine weitere Folge Argus Ohren. Diesmal zu Themen wie Elon Musks geschichtsprägender Starship-Landung, den neuesten Absurditäten wie Ofenführerschein und Kaktusverbot und der real-satirischen Ansage des Dr. Eckhard von Hirschhausen, die Corona-Pandemie aufzuarbeiten. Den nächsten Wochenrückblick können Sie am 26. Oktober ab 5 Uhr morgens hören. Bis dahin machen Sie es gut. Ihr Robert Mayer Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020